Musik 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 Oh hier haben wir ne neue Waffe Ne 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 Kassa Fabrikation Handschuhe Das wird schon relativ cool So wir müssen wahrscheinlich hier rauf Würde ich mal so ein bisschen Ja hier andersrum Ja wieder eine sehr coole Leiter Und wahrscheinlich werden wir oben schon wieder beschossen oder sowas Ne diesmal nicht Das ist ja was anderes So das Spiel wurde auch gespeichert Gehen wir hier durch Wir müssen hier rauf Ja Hier rauf Hier rauf Jetzt gibt es hier ja diese kleinen verschiedenen Möglichkeiten Dann können wir das machen Dann schicken wir unsere Kampfdrohne hin Und die Anlärmste Boah Ich dachte er hat mir das jetzt schwerer vorgestellt War gut Die Kampfdrohne macht... Ja ja Geht schon mal in Deckung Alles klar Da kann ich dann auch mal ruhig auf meine Rüstung kurz verzichten Nein Nein Oh kasseler Was müssen wir machen? Woh Ich bin Ich bin Woh Ich bin Ich bin Ich bin Ja, das war schon die schlechten Aktik. Ja, wir müssen ja auch kommen, Leute. Und unsere Kampfdrohne ist wieder mit am Start. Ich glaube, wir nehmen jetzt die Batali wieder. Das macht Spaß. Das macht einfach Spaß. Ja, Leute. Chillt. What the fuck, krieg ich das hier auch nochmal? Schade. So, Kampfdrohne. Ist der da runtergefallen? Die Kampfdrohne kann man einfach so spawnen. Oh. Hours? So viel Zeit habe ich noch nicht. Wisse was müssen machen? Ja, das ist immer die beste Möglichkeit. Wo muss ich hin? Ach, Leute. Oh, das ist halt. Oh. Ah, ich hab das. Fass. 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 Achtung, kreuzvoll vom linken Balkon. I don't care. roter ist der linke wakon das da ah hallo geht auch in deckung warum wir das nicht ich konnte da nicht in deckung gehen an der reeling an der reeling wie es mir jetzt gleich mit raketen vorwärts gleich eine kampfdrohne und gleich eine annäherungswege so so Das war's für heute. Das war's für heute. Ich würde sagen, es war ein glatt dahin schon. Fuck. Nah, ich würde die Kampftholden einfach hier. Das war's für heute. Wir können jetzt nicht unseren Freunden einfach uns trauen. Afterwards, we'll see. Ja, das ist deutlich besser. Die nehmen wir auch gleich mal. Die nehmen aber nicht nur wir, die nimmt auch noch die Tali. Ja, wir haben da jetzt auch keine Modifikation, aber who cares. Kriegen wir nochmal schön Credits. Die dürfen natürlich unterwegs auch nicht vergessen, mal zu speichern. Sonst geht uns ja alles flühen, was wir hier bisher in der Arbeit haben. So. Kriegen wir wieder Credits. XP. Die Entdeckung. Bomb. Bomb. Ja. Ja. Kampfdings. Zack. Und... X2 in der Zeit. Was war das denn? Was hab ich jetzt gemacht? Ja, ich hab irgendwas gemacht. Ja, überleben. Ja, ich hab nichts gemacht. Das war's. Das war's. Das war's. Okay. Fuck. Habe ich gerade die Rakete in der Luft nachgeschossen? Okay. 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 Gut. We're back out in a minute. Negative. The path behind you has been sealed. A nearby elevator can take you to the upper level. From there you should have an acceptable line of sight for targeting. Okay. Fahrstuhl. Ja. Danke, dass du mir den Gegner hier noch mitgeschickt hast. Okay. 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 Okay.